Ich bin Kirsten Spur. Und Sie? Ich bin Hanna Hüstenberg. Bitte erzählen Sie uns, was Sie heute hier machen. Also wir kochen heute von der Graf-Anton-Schule. Also wir sind auf der Graf-Anton-Schule, ich bin Lehrerin, das ist eine Schülerin von mir. Und wir kochen heute eine Gemüsesuppe mit Würstchen und Palaschen. Welche Schule studieren alle? Hier in Wadern, die Graf-Anton-Schule. Gemeinschaftsschule, ja, hier im Ortele. Herzlich willkommen heute zu Essen. Heute haben wir ganz viele Wäsche. Heute sind die Kollegen der Graf-Anton-Schule, mit Schülern der Graf-Anton-Schule, die heute gebrochen haben. Unter der Regie, natürlich mit unserem Küchenschirm Werner, der Ihnen dann auch mal gestern schon gezeigt hat, hat jemand Pannenkuchen dann hoch. Wobei sich der eine oder andere rauskriegt, die sich ja dann... Ja, das hat also schon sehr gut geklappt. Das gibt es nachher als Lachtisch, Palatschenke. Ich mache jetzt hin. Vorher gibt es leckere Gemüsesuppe. Und heute werden sie halt dann von den Schülern bedient. Lassen Sie mich bedienen. Die Chefin der Schüler, muss ich mir auch noch vorstellen, hier die Kürzen, die die Schüler dann halt auch gut im Griff hat, gell? Und natürlich schnacken Dank den ganzen geistreichen Geistern, die heute natürlich auch krassisch tut. Sie haben jetzt gemacht. Sie dürfen sich heute auch mal bedienen lassen. Ich bin mal gespannt, ob Sie dann überhaupt können. Sie haben jetzt noch ein paar Fragen. Das wäre interessant für Sie. Ich habe vergessen. Gut, und bevor es dann... So, und dann... Und dann... Das siebende Mahlzeit. Guten Appetit. Ihr dürft jetzt hier... Hingehen. Eine Suppe... Deri, die Kari, die Schülern, wo sie sagen. Gut, und wenn Sie dann... 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 Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo. Hallo Frau Ruck. Danke. Es ist gut. Ja, schmeckt sehr gut. Danke. Herzlich willkommen. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut.